Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Scheiße doch tatsächlich hinter der Kamera passiert. Ihr kriegt das gar nicht so mit, oft läuft die Kamera ja nicht. Und wenn sie denn mal läuft und es passiert irgendwas Unvorhergesehenes, ja dann kommt es halt raus und erscheint eben nicht im Video. Und jetzt habe ich neulich mal die Aufnahmen gesichtet und dachte so, eigentlich sind die Szenen zu schade, um sie wegzuschmeißen. Und ich meine, ich bin wirklich neulich lange hier in der Werkstatt und trotzdem ist schon so viel Blödsinn passiert. Und ich habe euch ein bisschen was von diesem Blödsinn mal zusammengeschnitten zur allgemeinen Unterhaltung. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein paar schöne Ostertage, ein paar schöne Feiertage und wir sehen uns nächste Woche in alter Frische wieder. Scheiße. Das Set besteht aus einem Umrüstset mit passender Halt. Das Umrüstset besteht aus... Immer das Gleiche. Moin zusammen. Auch wenn die S51 noch gar nicht richtig... ...gehen natürlich hier außen schon mal ein paar Teile kaputt, beziehungsweise es kann anfangen zu koronieren. Jetzt ist mein Chefin hier am Telefon. Das Umrüstset besteht aus einem Drehzahlmesser. Das Umrüstset besteht aus einem Drehzahlmesser. Das kann doch nicht so schwer sein. Hallo und... Was war das denn? Stimmbruchbegrüßung. Herrlich. Oh Mann ey. Es ist immer die gleiche Bullshit-Scheiße. Ah. Oh Mann ey. Es ist immer die gleiche Bullshit-Scheiße.